Du Wichser Alter, du dummer Wichser, hast du gedacht du kriegst mich, ne? Hast du gedacht du kriegst mich oder? Nein, okay. Mann, und jetzt kriegt der mich, Mann, dieser Schein-Sniper-Mann! Was geht Leute, mein Name ist Danny, willkommen zum weiteren Part von Road to Commander in Advanced Warfare, Link in der Beschreibung zum ersten Part, wer den verpasst hat, auf jeden Fall auschecken. Vielen Dank für eure ganzen Bewertungen, das ganze Road to Commander, mal heiß mit dem lieben... Jorginio, was geht ab Freunde und ja, ich grüße die ganzen Snickers-Eis-Crew und natürlich meine Jojo-Nenten! Ja gut, dass du die Snickers-Eis-Crew zuerst erwähnst. Nein, Digga, nein, 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 meine Jojo-Nenten sind viel geiler, Alter. Nein, aber ich liebe deine... Ja, Digga, ist klar, Digga, sag du magst meine Snickers-Eis-Crew. Ja, ich mag sie. Okay, gut. Sag sie besser als deine Jojo-Nenten. Digga, bist du behindert? Irgendwie, ich hab jetzt... Ja, ich hab... Ja, nein, 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 nein. Okay, sag, 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 sag. Nein Freunde, also im letzten Part war auf jeden Fall schon ganz cool, aber heute geben wir dir jetzt mal richtig Gas, Alter. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald mein... Dass ich sterbe, genau. So und dass ich bald mein schönes Exosplatte-Geist bekomme, weil ich liebe das einfach, ja. Das ist für mich einer der geilsten Exosplatte, die es überhaupt nur gibt. Ja, finde ich auch. Da hab mir richtig Bock damit. Aber das dauert noch ein bisschen, Freunde, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Alter, der Typ da oben pisst mich gerade an, Mann. Er snipet da die ganze... Ich hasse das, wenn ich... Oh Gott, ich gehe jetzt zu ihm hin. So, Pisser, Alter. Stört, Mann. Stört oder keine Ahnung was. Die snipen hier alle rum. Auf dieser Map, das ist so eine begehrte Sniper-Map. Wusstest du das? Ja, ja. Das kann nicht wahr sein, diese scheiß Sniper, Alter. Ich finde die Waffe mit Schallnämpfer scheiße. Ich weiß nicht, wieso ich das gerne gemacht habe. Ich finde auch hier in dem Spiel snipen gar nicht so schwer. Nein, aber ich finde es nervig. Ich mag es nicht hier. Nein, es war ein nice Skill. Ich liebe es, wenn ich Leute im Flug weghole, springe und dann weghole. Und ich liebe diesen Boost, den man sich geben kann. Ich spiele hier mit fünf Leuten und ich sehe hier einfach keinen. Oh, Alter, mich hat der Sniper auch wieder weggeholt. Ja, das ist ein Missgeboten, Alter. Aber Gott sei Dank gibt es hier noch nicht so viele Sniper. Oh mein Gott, ich kann... Oh, ich kann... Oh, nice, 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 nice. Oh. Ah, das ist ein Team-Mate, okay. Der snipe drum, der Bastard. Gott sei Dank, Alter. Oh mein Gott. Oh, wow, ich kann irgendwie gerade gar nicht zielen. Ich bin so aufgeregt irgendwie. Ich weiß nicht, Alter. Wir verlieren auch gerade das Spiel. Ich bin irgendwie leicht aufgeregt. Und soll ich dir was erzählen? Was? Soll ich dir was erzählen? Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich habe dich verarscht. Haha. Egal. Ich will nicht, dass du mich verarschst. Doch, Mann. Ich bin flammt gegangen. Schon öfter. Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Oh nein. Ich weiß nicht, diese Map ist geil, aber ich überlege mir manchmal Bodenangriff zu spielen. Ja, so, weil irgendwie sehe ich hier wenig Gegner, so habe ich das Gefühl. Ich sehe einfach keinen Gegner. Ja, ich bin auch am liebsten Bodenangriff hier in Advance-Woche. Ja. Was? Oh, scheiße. Ich habe Drohnen und gestorben. Ich sterbe immer durch diese Sniper, Mann. Ja, ich auch. Ich bin auch gerade deswegen gestorben, glaube ich. Weiß es nicht genau. Ich kann es auch nicht sagen, aber ich glaube schon. Ich wurde von alles beschossen. Ich war Schweizer Käse, Alter. Jetzt kriege ich hier... Jetzt drängt eins auf die Fresse, Alter. Ey, komm schon. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Du fickt, der Sniper stirbt, Mann. Hurensohn. Ich meine... Oh, jetzt fange ich auch schon an, Alter. Ich versuche mich eigentlich nicht so aufzuregen, aber irgendwie... Ich weiß nicht, dieses Game... Ich bin... Weißt du, wenn ich richtig auf dich hinaus bekomme, kennst du das, wenn du anfängst so zu schwitzen und dir einfach wünschstest, du müsstest jetzt nicht spielen? Ja. Oh, er... Und ich kicke ja von hinten... ...teils Kugeln in den Rücken, Alter. Aber ich will nicht wagen. Nein! Oh, das ist ein Gegner. Aufstieg lang sieben bin ich. Nice. Weiß ich Level, bist du? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, Alter, ich werde die ganze Zeit so behindert gekillt. Was? Es gibt dir einen Zielsucher? Hatte da jemand einen Zielsucher, Alter? Dein scheiß Ernst, oder? Verpisst euch, Alter. Nein! Was? Mein Gott, Alter. Was für eine Empfindlichkeit spielst du? Auf drei, glaube ich, oder vier. Ja, ich werde den Schalldämpfer nicht mehr benutzen, Digga. Das ist lächerlich gerade, Alter. Weil ich mag den Schalldämpfer gar nicht auf dieser Waffe. Das ist einfach nicht gut auf dieser Waffe. Die denken immer, die sind auf diesen Dächern so... ...so, äh... Safe. Safe, aber... Ich... Das Ding ist... Die meisten sind auf den Dächern, das ist einfach so. Die wissen gar nicht... Ich finde, das ist auf dem Boden sicherer als oben. Weil... Oben... Du Wichser, Alter. Du, du mal Wichser. Hast du gedacht, du kriegst mich, ne? Hast du gedacht, du kriegst mich, oder? Nein, okay. Mann, und jetzt kriegt der mich, Mann! Dieser scheiß Sniper, Mann! Boah, Alter, der sollte mich nicht kriegen. Ich habe einen Sniper, Digga. Ich habe einen Sniper. Wow, was ist das? What the fuck ist das? Was habe ich hier in der Hand? Oh, ihr liegt jetzt da hinten! Nein! Digga, ihr verarscht mich! Ihr verarscht mich richtig hart, ey! So, Fernlenkgeschütz, Digga. Ich habe einen geschützt. Oh, Mann! Nein, ich habe nicht so eine... Nein! Pisser, komm her! Komm her, Junge! Oh, ho, ho! Oh, Gott, ich liebe es, Digga. Ich... Sniper... Sniper ist nicht so einfach, aber... Ich weiß nicht, Alter. Ah, hier nicht noch einer, Alter? Alter, der hat sich verpisst, Alter. Hier auf den Dächern geht es immer am meisten ab, Mann! Ja, auf den Dächern geht es ab. Aber ich mag die Map. Die habe ich auch gespielt, als ich auf dem Call of Duty Advanced Warfare Event war. Ja, ja, da konnte man Riot spielen. Das hier ist ja Riot. Und Biolab. Ich liebe Biolab, Alter. Biolab ist übergeil. Ja. Biolab war... Weißt du, welchen Aufsatz ich gehe finde? Welchen? Diesen, ähm... Ich mag diesen Aufsatz, wo man... Drogen nimmt. Ne, wo man Gegner sieht, die auch, äh, Schallnämpfer-Aufsätze haben. Keiner Pisser. Nein, ich... Oh, komm schon. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht schießen konnte. Ich konnte irgendwie nicht schießen. Muss ich zielen mit der Waffe? Ist das so? Dass man manchen Waffen, äh, zielen muss und schießen? Er wollte nicht abfeuern irgendwie, ich weiß nicht. Wuhu! War das gerade eine knappe Kiste hier, Alter. Oh, da kommt der von unten. Da kommt der von unten! Nice. Vielen Dank. Von hinten kommen alle. Wuhu! Ich finde, das Spiel, wenn man Kills macht, macht es Spaß. Wow, du ne Baby, du ne Baby. Wie, Digga, ich hab diese Scheiß-Waffe, wo ein Schuss tot ist. Das ist doch ekelhaft. Ja, ich kenn die. Die ist aber mit der, ich war zu treffen. Oh, komm schon. Ich sterbe immer. Komm schon, wir gewinnen wenigstens. Digga, wir gewinnen wenigstens. Ja. Was findest du, was ist deine Lieblings-Exo-Fähigkeit? Eigentlich, äh, sich unsichtbar machen. Digga, ich kann's nicht glauben, aber das Spiel macht enorm viel Spaß. Digga, mir macht's auch immer Spaß. Das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre ein Teammate. Oh, Mann. Freunde, guck mal. Wir müssen das auch mal so sehen. Digga, lasst mal hier nicht auf KD gehen. Lasst mal einfach Spaß gehen, Alter. Immer diese ganzen Mega-Gameplay-Anspieler, darüber hab ich ja auch schon mal ein Video gemacht, die machen dieses Call of Duty kaputt, wenn man immer nur auf Mega-Gameplays gehen soll. Da hat man gar keinen Spaß mehr daran, sondern ist sich da den Arsch am vollen Schwitzen. Ja, Digga, mir brauchst du was nicht sagen. Ich bin noch nie auf so Gameplay gegangen, weißt du? Außer damals, als ich noch an Dulli war. Ja. Immer noch an Dulli. Nein, ich bin jetzt cool. So. Hey, Brudi. Ich bin jetzt richtig cool, Mann. Naja, also ich muss sagen, ich achte schon ein bisschen auf KD, aber nur bei Team Deathmatch. Sonst nicht so. Oh, Mann, ey, das... Nice, wir haben gewonnen. Ja, natürlich haben wir gewonnen, Alter, wenn wir in einem Team sind. Wie lange haben wir aufgenommen für diese Folge? Oh, Digga, ich glaube, 6-7 Minuten. Ja, das war's auch, denke ich. Das war's auf jeden Fall. Guck mal, diesmal ist besser gelaufen, 16-11 für mich. Danny und ich sind ganz oben, so muss das weiterhin aussehen, Freunde. Ja. Ja, ist natürlich klar. Und, äh, ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, Freunde. Nein, supportet uns. Wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, ne? Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da mit einem Daumen nach oben. Wir werden viel, viel mehr machen für euch. Viel, viel mehr machen für euch. Wir ziehen uns auch aus. Genau, wir ziehen uns auch aus. Außerdem weiß ich dann, ob ich noch ein Roadtokument machen soll, alleine oder nicht, irgendwann, später. Oder vielleicht mache ich es zur Abwechslung noch ein Black Ops 2 Roadtokument, weil das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so noch. Ähm, also vielen Dank für den ganzen Support. Und ich würde sagen, dass ich, äh, wir euch, äh, äh, ne? Im nächsten Video wiedersehen. Willst du noch was sagen? Ja, ich würde sagen, dass ich, äh, euch alle liebe, Alter. Ich liebe einfach, ich liebe es einfach, mit euch zusammen hier aufzunehmen und mit Danny natürlich auch. Okay, und, ja. Outschool Auto. Ja, okay. Zwei. Zwei. Eins. Ja! Das ist leicht. Lass uns mal mehr machen, so.